ja hier und sie kommen mein Leben von den zu Roblox und zwar Super Bomb Swaggle so und zwar für alle die dieses Spiel nicht kennen der Sinn dahinter ist, das können wir hier grad sehen von oben fallen Bomben runter und man muss versuchen nicht von denen getroffen zu werden ich hoffe es passt von der Lautstärke her es ist hingegen doch halt schon relativ laut und ich kann sein dass ich auch neu aufnehmen muss Yay! Nach 40 Sekunden ist die Runde im Gange ich muss noch ein klein wenig warten aber falls nachher werdet ihr es sehen und zwar habe ich das schon mal gespielt das war mit Chipscraft zusammen allerdings war das Problem die Aufnahme wurde nicht richtig abgespeichert das war ein Kodex für das ist das Stittprogramm konnte die dann nicht laden das war ein kleines Problemchen aber genau deswegen nehme ich das jetzt allein nochmal auf und ja es geht los das Spielfeld wird gesäubert wir gucken wie weit wir es schaffen und Pause, 20 Sekunden Pause und es geht gleich hier los und wenn wir es nachher kommen wir schauen noch einmal ums Spielfeld doch safe hier und gleich haben wir es geschafft und jup es geht los und auch keinen Bock abzustimmen erstelle Karte und alles mal aufgebaut und das Spiel jetzt das kann ich damit öfter machen Ziel ist auf jeden Fall nicht zu sterben damit kann ich eine Bombe schmeißen die ich hoffentlich jetzt und da fallen schon jede Menge Bomben und alles runter jetzt gehen wir mal nach da irgendwo hier so hin ich stelle hier noch mal drauf dass die Sachen explodeln oh Pizza 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 oh nein nein Mist das hat die mir jetzt geklaut die Pizza aber noch leben wir das sind dann auch alles, das sind alles Bomben oh ok noch eine Minute ja 45 müssen wir beleben und zwar das Essen ist gut wenn wir es eh nichts machen wenn wir von live haben ja nerven uns ja toll will ich toll ja und auf jeden Fall ja da rollt ne Bombe weg 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 oh weg 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 oh man au oh ich stelle wieder hin ich könnte was was mach ich auch mal gerade und zwar schmeiß ich eine Bombe nach oh 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 das weiß ich gerade so klug von mir aber aber inzwischen aber müsste die eigentlich geplodet sein ja cool und wir nehmen noch oh oh ich bin gerade eben angepeilt kommt von 35 Sekunden noch oh 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 weg 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 run go away wir lösen Felder aus 20 Sekunden noch oh oh und ich lege nein 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 ah gut zehn Sekunden noch neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins und erste Runde gleich gewonnen perfekt jo okay gut Dankeschön Bombe einmal komplett upgraden auch wenn ich mal ich finde Skills ich finde Skillsmenü ich finde diesen Superjump persönlich besser mag ich mehr es sind zehn Sekunden Pause 3,2 und ähm Leitern und Rutschen mach ich nochmal und ja toll VIP Shop ich nicht und es geht los und 3,2 und insgesamt fallen Bomben vom Himmel aber die erste Runde haben wir schon mal gemeistert das finde ich natürlich sehr gut glaub ich auch kopf Ton sah wenn Action und progress usal Aber noch mal ein Coin. Schön einsammeln. Und hier explodiert alles komplett. Pizza. Die wir nicht gebraucht hätten. Oh oh. Tee-Kessel, Tee-Kessel. Nein, da kann ich das... Ah! Loll. Das war, glaube ich, gerade noch richtig viel Lack gehabt. Dass man das nur so ganz weggesprengt hat und keinen Schaden gemacht hat. Die kann mich nämlich auch drücken. Was eigentlich logisch ist. Oh oh. Und eine Superbombe. Event ein Schneesturm zieht auf. Oh oh. Vielleicht müssen wir uns irgendwo verstecken. Und schon mal was kassiert. Schneesturm. Man sagt nur für Vertraue sich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist ein Tee-Kessel. Oh oh. Oh oh. Das denke ich auch. 100%ig explode. Denn. Und weg ist es. Noch 43 Sekunden müssen wir so weiteln. Ich könnte probieren, ja. ich riskiere es und gehe nach oben und mein Skill ist gesperrt worden oh da ist eine dann gehe ich mal hier hinten hin genau dann wenn ich so einsam will und wenn wir nochmal so weit sind das ist jetzt die Frage 10 Sekunden noch, 10, 10, 9, 8, 7, 6 alles geht hier nochmal komplett 4, 3, 2, 1 und nochmal so weit perfekt ich würde sagen wir spielen noch eine Runde und juhu nächste Stufe erreicht, super Sprung ich würde sagen wir spielen noch eine Runde und stimmt, was kann man ja machen mit R chillen wir einfach ein paar Sekunden hier mal Leitern und Rutschen war die letzte Karte Karte wird erstellt Zeit wird kalkuliert und es beginnt die Möp finde ich jetzt nicht ganz gerade so toll und es geht los, die Bomben kommen oh oh da kann man relativ einfach gekillt werden da ist nicht viel zum irgendwo hochklettern und weg, weg, weg und die Silvina mit einmal einer Bombe da oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh. hier, modo coupuz Wahl mit Pivision,nik Die Pizza, du. Dann hier. Die Pizza, die brauchst du. Halt dich. So. Und hier. Oh, oh, alles explodiert, explodiert, explodiert. Noch. Oh, oh. Oh, nein, ich werde eingefokust. Irgendwas werde ich eingefokust. Und weg, 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 weg. Nein, nein. Fettes Einschlagloch. Und wir werden es noch schaffen, zu überleben. Auf jeden Fall werde ich... Ich kann ja schon mal eins sagen. Und zwar werde ich wahrscheinlich... Daraus noch eine Challenge mal quasi. Also, wer überlegt länger oder irgendwie sowas. Dann auch zusammen mit Chips Crafter. Und... Ja. Wenn ihr sowas wollt, dann stimmt mal... Ups. Oh, 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 oh. Ich kann mich kaum noch bewegen. Oh, oh, oh. Fett kassiert. Dann nutze ich mal mal... Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Das Nächste, was explodiert, hier explodiert alles. Kommt schon, drei Runden, drei Mal wins. Das wäre geil. 20 Sekunden, die Musik wird schneller, wird spannender. Spannung muss sich auf bei allen Survivalern, bei allen, die noch leben. 14, 10 Sekunden. Oh oh, ich werde angefokust. Ich könnte eigentlich... Oh oh, das war verkackt, weil es hier keine Bombe ruht. Und... BAM! Nochmal Survived. Juhu. Dreier Street Bonus. Jupp. Und legen wir uns das hin, bin jetzt so erschöpft. Das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like da. Und kommentiert gerne auch mal, weil ich sehe, wenn ich sehe, sind meistens nur ein Kommentar unter meinem Videos. Ihr könnt gerne kommentieren, wie euch das Format gefällt. Und wir sagen, macht's gut, bis bald Leute und ciao.